So, mein Lieben, willkommen, was, 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 end's? Ich, ich wollte gerade sagen, willkommen zurück zu Pickelhack, aber es geht direkt los und das ist ja gut. Angriff! Gut zu Geki! Der Kretz ist doch gut, aber so viel Schaden macht er nicht. Oh, mein Tiger ist mit dabei. Pfeil für Leopold zurück. Der Tiger stirbt wahrscheinlich, aber der Kretz ist auch halt weg. Willkommen zurück. Greift er an? Nein, der greift er an. Scheiße. Okay, dann ist er, ist er jetzt gleich wieder tot. Ne, warte, ich habe ihn nicht. Das, 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 das. Gut, gut, gut. Oh, ein Baby-End. Was ist das jetzt? Hier läuft ein Baby-End rum. Was ist das denn? Oh, angucken, angucken. Wex, geh weg mit dem Korn. Ich mache gar nichts, geh weg. 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 Wie End, Oster süß. Und der ist nicht aggressiv? Ihr bist doch allgemein nicht. Ich habe noch nie ein aggressives Baby gesehen, also. Ich kann füttern, ich fütter den mal. Wie kann ich das denn? Ich fütter den mal. Wex, geh mal das Bild an, was der hat. Heiz doch mal diesen arm DO-Cold ab. Nein. Doch, dass er hier. Ja, wo sind denn die, Jems? Bestimmt in Korn, oder? Ähm, Leute, wir müssen den einbauen. Habt ihr ab die Blöcke? Wovor der ins Wasser läuft? Habt ihr Blöcke? Hier ist Kampf. Nur mal so. Oh, shit. Ich dachte, was fliegt. Was ist denn da so? Nein. Oh nein, der läuft ins Wasser jetzt. Ach, das war's. Fuck. Was ist denn jetzt das hier? Ne. Bleib doch hier. Oh nein, es kommt noch so einer hier. Na, das war's. Der End ist weg. Der Vivi End. Wo sind die jetzt hin? Also, das haben die übrigens auch im Kreativ-Mode. Wenn man ein Tier spawnt, dann laufen die immer. Und läuft. Und läuft. Und wer bei mir nicht stehen. Die laufen immer an irgendeinem Punkt. Der ist weg. Schade. Den Vivi End hätten müssen. Der ist ja, glaube ich, 3 End töten, damit die spawnen. Ah, das ist doof. Nein, ich kinkse es leer. Na, Kano, ja? Ja, ich hab jetzt alle Dink rausgenommen. Alle Gems. Und das Magieholz und so. Okay, perfekt. Merci. Leopold lebt auf jeden Fall noch. Kannst du mal Leopold noch mitnehmen? Schaffst du das, ihn zu tragen? Wenn er jetzt selber dran könnte, der hat gesagt, ja, jetzt hauen wir sie wieder raus. Der ist verletzt. Außerdem hat der gerade erst einen Kampf noch. Lauf doch erst mal zurück und bring den weg. Die Warte hochgehalten hat er sich ja wieder schon. Kannst du ihn nicht tragen, Benny, mit dem Kerzi? Du musst doch noch gehen. Ja, geht, aber ich bin schon wieder fast zu Hause gewesen. Geht wieder raus, dann leh dich aus. Danke, geh wieder hin. Jetzt hast du noch Magie dabei. Was hab ich? Magie dabei, die Wassernuss ist wieder gespawnt. Äh, nee, ich hab keine mehr. Ich kann jetzt nicht mal schießen. Wo ist denn der Hör? Warum leider nicht. Wo wollt ihr überhaupt lang? Wir wollen... Oder wir wollen ja erstmal noch einen Panzer zähmen. Wir würden hier noch zähmen und kämpfen und tun. Und machen. Und tun. Und machen. Hast du, hast du Magie dabei, Benni? Mhm. Nicht? Du hast keine Magie? Wir bauen hier immer was dabei. Aber der hat ja nicht umsonst einen Grund, dass ich gerade am Formen bin. Für uns. Nee, für mich. Äh, Danny, hier der erste Mieze. All for us. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ähm, unser Leben für den Hund. Richtig, die Welpen. Denk doch mal einen an die Kinder. Ähm, Dex, du solltest nicht... Die sind die nehmen wir mit. Pass auf, guck mal her. Ich zieh dir mal ganz kurz ins Loch. Ja, was ist die denn? Ja, wir sagten 30. Ja. Nein. Nein, Mann. Nein, du hast so die Kombi-Treppe hier gebaut. Nein. Er wartet, hier ist drin. Ja, die Treppe ist aber auch noch da. Kurz. Denk dir den ab. Ich baue die Treppe mal kurz so. Wir können ja versuchen, so zu schießen. Warte kurz. Ich habe zwei Steinchen vor. Ja. Einmal da. Ich habe es dicht. So. So, Spruchplatz. So im Karton. Oh. Nachlade-Bug. Willkommen in Ark. Ups. Ich ziehe sich auch noch die Pfeile irgendwo hin. Aber ich glaube, der Nachlade-Bug ist hier schlimmer. Ich muss manchmal die Waffe wechseln. Ja. Doch, mit dem Bogen geht es doch schneller. Das mache ich auch über. Ja. Habe ich, wie gesagt, schon getestet im Single-Clear. Ja. Schön. Ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn du mit dem blöden Quetzal startest. Detekt wird mir jetzt mal scheiße ein End. Ich kann ihn, äh, nicht greifen. Nicht? Ich habe noch eine andere Mieze. Auch noch hier? Kann Leopold nicht greifen. Du. Einpacken, Novella, nur. Level 1. Strange. Oh, oh, Griffin, Griffin, Raffi, lauf weg. Ich seh's schon. Ah, scheiße. Wo ist mein Kano? Scheiße. Lauf weg, spring weg. Ich bin schon dabei, der Griffin ist viel zu schnell. Boah, er ist heftig. Ah, fuck, ich bin gleich tot. Nein, Miezi. Miezi, lebe. Lebe, Miezi. Bring ihn weg. Komm nicht zu uns. Sterb woanders. Bist du tot? Ich bin gestorben und mein Miezi gleich mit. Also. Eine Runde Mitleid. Und nochmal. Dafür zählen wir ja gerade einen 36er. Also hast du direkt einen neuen wieder. Okay. Miezi, nein. Was braucht man nochmal für Schießpulver? Ja, ein S-S-S-S-S-Pulver ist fertig. Ich stöhne doch mal gerade den Reifen oder so. Okay. Ich glaube, wenn wir ganz kurz die P-Tree und kommen wir wieder zurück. Winzer einsammeln. Ein S-S-S-S-H-Tree ist übrigens gezähmt, ne? Ein Sattel ist drin, in dem Sattelschrank. Wo habt ihr den Sattelschrank hingestellt? Da ist er ja jetzt nicht mehr. Hier, im Haus. Rechts reingehen. Nochmal rechts. Hier, direkt hier. So, direkt hier. Dann hier der zweitletzte Schrank. Alter. Los, er? Danke dir. Die sind echt so overpowered, die Kücher. Hast du ihn gekillt? Ja, der hat den Quetz aber auch jetzt. Der Quetz hat 4000 Leben, der hat noch 500. Ja, die sind hart, Gryff, deswegen. Ich kann da auch eben nicht mehr weg, ich finde, er ist viel zu schnell. Ich habe jetzt, glaube ich, auch genug Eisen gefahren, dass wir uns ein Tor bauen können. Jetzt kann ich erst mal Rückweg. Gott, die Geier-Familie. Ja, gut. Ja, ein Lachschmeier wieder fertig. Ja, aber ich könnte hier gerade nicht raus, da hinten. Ähm, du musst wieso deine Sache nur aufsammeln gehen, ne? Der Gryff ist ja tot. Dann ist ja gut. Das ist eine gute Nachricht heute. Der Gryff, der ist echt gerade abgegangen wie ein Zäpfchen, ne? Schau mal um den Ents, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen aufgeregt. Das heißt, hier ist einfach so, wieder so rumpacken und dann einfach irgendwo hinlaufen, ne? Und einfach, die bleiben auch nicht stehen. Das sind Wandertiere. Ja, ja. One, one way. Was da gelandet? Äh, die, die, die. Sattel, der ist da unten. Kennt jemand von euch den Film U-Turn? das ist ein etwas älterer film jetzt mit jennifer lopez die spielt da drin mit und total bekloppt also mit skateboard nein für serie ist das der die kuchen gerade ist es nicht ich habe den sattel wieder gefunden okay ganzen anderen kram konnte ich aber leider mitnehmen diesen links noch geladen hatte das war alles schwer ich habe eisblöcke wieder mitgebracht mit sean penn spiel damit und nick nolte voll abgefahren der film das dachte mir irgendwas auch für den mann neben leopold schädel leopold leopold das sind weibländer männern der hier und jetzt dass wir haben zwei männchen und ein weibchen jetzt den ofen kann man nicht gleich mit kohle befeuern oder ich hab mir jetzt geradeaus aufgefallen wo ist mein globo ich hab mir jetzt aber gerade zwei Achtung Spöne Achtung Spöne Achtung Spöne ok du kriegst die nächste mitte katze ja warte ich häng hier fest dann kann ich auch noch kohle nehme ich reinpacken achso du hast schon voll gemacht ich hab jetzt äh ne das waren die Stacks die ich dir oh der leopold läuft gerade da hinten hinter dem anderen 1 warte ich hab ihn schlangen gepflegt nochmal wieder zurück achso stone könntest du mir ein äh hättest du ein ein topf da was also so ein pflanztopfen kann nicht gelernt ist level 1 nur jetzt rum karton level 1 der hat den petri fast wieder gestreckt wie bereits gesagt wir haben ordentlich schaden aber die haben kaum hp ein bisschen kannst du mir den sattel mal ganz was für die geben ja natürlich bitteschön ich gehe mal um eine runde mit leopold um um die ecke ja macht das pass auf das nicht genau wie ich das war und praktisch immer oder mal so lange den kanu ok hat etwas böses jetzt auftaucht so machen sattel aussehen gibt nicht mehr doch du musst es im inventar von dem tier packen dann kannst du es raus holen wie ganz einfache lösungen warum einfach warum man es auch kompliziert haben kann ja abgesehen verbrennt das ding auch holz macht holzkohle weiß ich glaube was könnte sein vielleicht leichtfüßig ist der unterwegs ich kämpfe gerade mal gegen irgendwas ich wollte pass auf da ist ein end immer noch bei mir beim hier vorne direkt ok wenn du zurückkommst also wie viel level hat er hat eigentlich 1400 leben ist doch ganz ok jetzt bist du hier und weiter geht's in den Keller arbeiten ab in den Keller ab in den Keller na das ist ein Haufen ist wirklich unten ich bin ja immer wie sie selbst ne wer ist keller als du? das ist mein kleiner Privatkeller gerade sein kleiner Folterkämmer sein kleiner Folterkämmer time to say same side time to say same side in meinem level aber der macht mich trotzdem fertig mit level 28 die skaten kopf und ihre flogen 7 kann wieder ein baby er warte der ist ganz schön hartnäckig einfach weiter drauf beißen das ist genau genau in den tiere gerade gespawnt ich habe zwar zugebissen aber der macht das auch noch der leopold platz das ist so dass die tiere einfach überall sparen die ganze zeit ja ja ich versuche weg zu kommen mein tiger ist tot hier warum kommt der nicht hinter mir aber es hat nichts mit dem magischen gebiet zu tun das hat einfach was mit pixar zu tun dass er dauernd die tiere in einen transport das ist so doof ich bin es gerade einfach mitten drin gespawnt der krebs der mann der die ganze stelle mit tiere du kommst mit zwei tieren hin nimmst ein neues mit hast du auch fünf verloren naja ist wie meine mitziehen dann wird die letzte lang aber ist trotzdem sturm durch den greifen die habe ich mir eben überlegt mal zu zähmen der war gerade im vakuum von der hütte zwei drei pfeile gerade mal aus oder so landerpilz fußpilz ist wie ein pilz ein schuss ist der meistens schon betäubt ich glaube die stellen sogar narkose pilze her kannst genauso wie die narko pfeile benutzen die narko bären sechs ich habe gehört als nächstes ziel für uns nennt ein baby wollte ich kann eben mitnehmen wer glaubt du kannst so musst du die end doch glaube ich zehn recht weil die stehen auf entstehen zehn bar muss mal probieren sie abzuschließen obwohl ich glaubt mit fallen bringt nicht wirklich was ich glaube dafür brauchst du dir schon verlisten genau die griffins braucht man die autobillisten oder reichner die pfeile voranko gerüstet denke ich das geht es du brauch ich brauchte nicht viele feile aus dem bogen um 32 er zu legen also das geht greifen sich toll ist hier langweilig hier muss ich sagen noch hoffen ist dass sie okay wir sind fertig ich hole mal raus mit dem sattel das war der schleimiger fach hat einer ist haustier hau mich mal bitte aber ich habe reiss schaben die gleich da habe ich nicht ein wunderschön hut ja passt perfekt zu den roten haaren danke leibige konsistenz konservation den sattel dann habe ich so schon reingepackt aber ich habe mir in der tasche abbauen ich gehe doch mit halber na also ich stell schnitz und jetzt kommen und edw ich gehe mal auf kanu drauf machst du die leopold parade ich hab dir da eigentlich noch was gezähmt aber okay ich kann ihn leider nicht mit dem schiff schon ding saufen ja dann habe ich jetzt eingetütet in boxing eingetütet ich mache die wege frei eigentlich ist ihnen gefährlich also nur ein runter das ist fast schon hier schein so aber auch kein schussangriff oder so die weiß nur zu wenn du nicht nahe kommt zu erinnern bis zu ziemlich an mario der forstensucht gebiet werden wir gehen wir hier lang die stehen bleiben scheißen das ist das noch was ich ausgegraben habe meinen zu zählen aber 15 erst mal erst mal die die wir jetzt haben nach hause oder blöde der ab hier ein greifen problem hatten wir es hinter dir noch ein wilder achtung dex doch nicht für dich abschneiden wuchser da alles dämpft alles weiter ob wir waren die frauen die schüler rum guck mal zu auch noch hohes plateau was ich flach mache wenn man sich verläuft sucht man einfach ich werde die hier wegbeißen wofür die mir auf den Nerv gehen hier von der Seite das ist schlechtes wenn man sich verläuft da braucht man nämlich nur den Turm vom Chor suchen den Siegbruch von überall der Leuchtturm ich muss ja auch mal weiterbauen Angriff auf unsere Base oh schon wieder ja ein 47er gegen unseren Spector Wolf ja komisch da wo auch die Bierboxen immer stehen da wollen sie alle angreifen oh mein Gott ich glaub ich bin fertig aaaaaaa was das Ende gefunden? es ist keiner mehr da ich hab ein riesen Loch in den Untergrund gerissen irgendwann hört man noch mal an nein aaaaaa das Ding jetzt nochmal welche brauchen wir direkt hier ein Stück weiter Richtung äh weiter rein ins Fairy Gebiet ist noch so ne Quelle mhm welcher Teil ist das? Ice Age äh sonst was 3, 4? wo die in die unterirdische Welt gehen wo die anderen Dinosaurier sind äh ich glaub Teil 3 war das Teil 3 ähh Collision Course glaube ich heißt die oder? aber schön in rei und glied gestellt ja beim bei den männern passt das hin ja einfach mal in die reihe gestellt ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt ich habe ich nicht oder pixar die kürzer haben sie einfach nicht drauf immer mit dem kopf im sand ich hoffe ich hoffe echt noch darauf dass die entwickler ein bisschen mehr farbe für die tiere ein bisschen mehr bunte verschiedene farben für die tiere ausbringen ist jetzt gerne mal flächen grünen quetzal und dann weiß ich nicht oder türkisen kürzer anstatt immer die gleiche farben hier zu haben weil ich immer gleich hast du mal versucht vielleicht ein zu fern mal farbe herzustellen das geht ja auch es gibt doch die farbpistole ein fern ist ein pinsel kann ich ihr geben ich habe ein ich habe ein farben geht sogar aber ich finde das schön wenn man mal so ein paar andere farben finden könnte ja unique halt eben bisschen dass man da vielleicht ein bisschen lustige farben dazu bekommt das ist auch so mal so eine frage kann man jetzt so langsam mal brüten weiß was ich nicht okay ich bin zu schwer du bist du bist du das bist du sollte die axt auch vielleicht nach schritten kröte alter ja schon wieder weil ich gerade ginge vier mir so aussetzt sich vor meinem keller tür hin damit die leute hier nicht in meinen keller reingehen damit nicht wissen was da drin ist eine keller spannerei was ich da unten treibe ich hab mal eine farbmacher hingestellt farbmacher was ist der farbmacher im haus dann habe ich was für dich deckt da da krieg ich auch wenn sie ob er klamotten kannst du auch ohne bin zu machen glaube ich hat zu billig achtung achtung ich glaube ich habe genug gefunden eine kleine welle So kann der Quetzal nicht verfliegen? Hä? Kann der Quetzal nicht verfliegen? Wieso? Ich bin doch wieder zuhause Aber ich hab guck mal geguckt was die alles dazu geformt habe Genug Er kann niemals genug haben Lüßig Jetzt ist alles schon weg sortiert Was hat der Quetzal? Jetzt war doch Hilfe Da ist noch so eine riesige Könnt ihr gerne anfangen abzuarbeiten Wir wollen die dann in Jobs hier nicht wegnehmen Die sind ja Die sind ja nicht so Mein Job Dann heißt das alle Magiesteine gehören mir Das haben wir nicht gesagt Wolltest du ihn wieder haben? Den Pinsel? Du kannst ruhig behalten Ich tu immer so lange in die Kiste wenn du brauchst Gibt es hier keine Biomob Eisentore? Kann ich die selber herstellen? Nein Ob die gibt es? Warten wir Ja die hab ich schon gesehen Gibt es perfekte Decksordnung Also gar keine Wollte sagen ich hab auch noch was um ein Haus zu dekorieren Halbier muss ne So ich mach nämlich jetzt schon mal heute für die Folge hier Schluss Ne das ist das Iron Beast Gate Ne das ist das Iron Beast Gate Und warte warte Und Gyro Iron Beast Gate Ich hab dir was in dein Haus gekauft und dekorieren 60 Hä? Und dann hören wir mal auf Komm wir machen wir hier Oh genau Ähm Ich setz mich jetzt auch mal kurz auf den Kopf Dann sieht das passend aus Weg damit Wie kannst du Fäiba Guten Tag Wir sind's So ich den Lilo und Stitch Hörts einfach mal Mal gucken Ok Ich � Volkswagen entendeu Ich hab die gelernt mach auch Ich hab die gelernt